Die kulinarische Lit-Night-Show live am 17. Mai. Die Vorspeise? Krimineller Appetizer. Peter Probst, Tatort-Drehbuchautor mit über 9 Millionen Zuschauern. Zu Gast bei Florian Wagner mit seinem neuen Buch Personenschaden. Reservieren Sie sich Ihr exklusives Drei-Gänge-Menü für literarische Feinschmecker. Zubereitet von Starcoch Holger Stromberg. Für weitere Infos einfach hier klicken. Die Lit-Night-Show live am 17. Mai. Die Online-Literaturshow für Feinschmecker.